Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs einziehen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Zieht ein. Zog ein. Ist eingezogen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich ziehe ein. Du ziehst ein. Er zieht ein. Wir ziehen ein. Ihr zieht ein. Sie ziehen ein. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zog ein. Du zogst ein. Er zog ein. Wir zogen ein. Ihr zogt ein. Sie zogen ein. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin eingezogen. Du bist eingezogen. Er ist eingezogen. Wir sind eingezogen. Ihr seid eingezogen. Sie sind eingezogen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich ziehe ein. Du ziehst ein. Er ziehe ein. Wir ziehen ein. Ihr zieht ein. Sie ziehen ein. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zöge ein. Du zögest ein. Er zöge ein. Wir zögen ein. Ihr zöget ein. Sie zögen ein. Den Schluss macht der Imperativ. Ziehe ein du. Ziehen ein wir. Zieht ein ihr. Ziehen ein sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb einziehen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.